So, liebe Zocker-Lounger, herzlich willkommen zu einer weiteren und, weiß nicht, vielleicht sogar zu der letzten Runde, Black Mesa, denn wir sind ja schon relativ weit. Mal gucken, auf jeden Fall wird es heute in die Xen-Welt gehen und die ist ja komplett in Black Mesa neu gemacht worden, also im Gegensatz zum Original. Und, ja, kenne ich nicht, bin ich gespannt drauf. Mal gucken, was da passiert. Und in diesem Sinne, ähm, hi Leonhard, hi Hase HD und mehr hat, glaube ich, noch nichts geschrieben, aber auch hi an alle anderen. So, Resume. Das letzte Mal, ähm, im letzten Stream ging der YouTube, äh, der Twitch-Chat nicht. Jetzt sehe ich, glaube ich, nur den Twitch-Chat. Hase HD, schreib mal irgendwas, bitte. Ich bin mal interessierend, ob der geht. Irgendwie verdächtig aus. Alter, was ist denn hier wieder passiert? Oh, komm, jetzt bloß nicht da runter. Ist okay bei dir? Ich muss hier lang? Äh, die Waffe ist komplett leer geballert. Null Schuss. Aua. Au. Ähm. Hallo? Hier geht's nicht weiter. Hm, hm. Dafür ein Ladebalken? Naja, okay. Hallo? Danke HD, äh, HD. Danke, Hase, der Chat funktioniert. Gut, perfekt. Hi Flo, grüß dich. Hier ist es verdächtig ruhig, ne? Okay, das gleiche nochmal eine Stunde. Das macht sich gleich mit. Hallo? Ey, Kollege, Schottgang. Hier. Hi, lass mich rein. Äh, hallo? Tür? Komm, komm. Mach auf. Ey, du Penner. Na, komm. Na, warte. Komm, ich halte zu dir. Doch so einfach? Alter. Den hab ich jetzt hier gar nicht gerechnet. Nein. Oh, oh. Kannst du mir vorher auch helfen? Nachladen. Wir lieben, Dr. Raymond. Nachladen. Danke. Alter. Pfff. 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 Alter, was macht denn jetzt Albert Einstein hier? Nix mehr. No, your fire exits. Na, wenn's so einfach wär? Alter. Das ist nicht einfach. Egal. Ja, gut. Ähm. Ja, bleib da mal stehen. Aber... ...es geht an der anderen Seite weiter, oder nicht? Okay. Hey? Wah... Was ist das? Gehört das da? Da oben steht doch auch noch jemand. Ist das ein Bug? Hm. Irgendwie, ich glaube ich, dass hier die Ideen ausgegangen sind, was sie hier machen wollen. Irgendwie ist ja nichts. Okay. Ach. Ey, da ist der G-Man. Ey. Okay. Den Sinn habe ich verstanden. Portal? Wo ist mein Mate hin? Du bist zu nichts zu gebrauchen? Alter, kommst du jetzt? Hä? Es kam übrigens, ähm, gestern oder heute noch wieder ein Patch für Black Mesa. Ich weiß gar nicht, was jetzt wieder alles gemacht worden ist. Da habe ich gedacht, die wären fertig. Und hi, evergrey for life. Grüß dich. Noch ein Portal. Komm, wir gehen erstmal hier rüber. So. Ja, du darfst falsch... Auch schießen. Geht doch. Mir geht die Munition aus. Komm. Okay, wir gehen doch erst da rüber. Komm, auf. Eil dich. Renn. 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 Oh, so viele Tasten. Was ist das hier? Wie jetzt? Ey, so einen Teleporter will ich haben. Zu meinem Kühlschrank und zurück. Holy Crap, Holy Crap, Holy Crap. Ja, komm jetzt. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind überall solche Portale. Ja, da wäre Munition und die hätte ich gerne. Oh, wie komme ich da hin? Das ist irgendwie... Alles komplett sinnlos, hier rumzulaufen. Okay. Komm schon. Wenigstens haben wir noch ein bisschen Health. Und im Notfall haben wir unsere Brechstange. Also, auf geht's. Fade Guardian, hi, grüß dich. Ist bei euch der Stream auch manchmal verpixelt? Ja, gut. Und wenn ihr auf Twitch schaut, ist es auf jeden Fall verpixelt. Wenn ihr auf YouTube schaut, nicht. Weil Twitch begrenzt die Bandbreite leider extrem. Oh, will da runter. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass ich da unten langrennen muss. Ich glaube eher, dass es so... Was? Hm? Yo, also, wir gehen mal... Alter, das war glücklich. Das hätte auch schief gehen können. Oh Mann. Irgendwas habe ich denn noch für eine... Leer. Zwei Schuss. Mir reicht einer für dich. Ha! Ist hier der G-Man durch? Ist hier der G-Man durch? Na toll. Jo, dann, ähm... Scheiße. Das ist nur ein Zurück-Teleporter. Geht's hier noch irgendwo anders hin? Ein Loch. Sind da verschiedene drin? Ich bin... Zwei. Drei. Wo war ich eigentlich drin? Wir probieren jetzt erstmal eins. Ich weiß es nicht mehr. Fuck. In eins waren wir drin. Lauf, 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 lauf. Zwei. Oh. Wow. Sechs. Alter. Vier. Okay, er schickt mich jetzt schon ein bisschen. Und es leckt. Was soll denn das jetzt? Warum leckt denn das? Alter. Zug. Okay, wir testen die vier. Die vier war nicht so geil. Oder die vier waren zu falschen Zeitpunkt. Sechs. Okay, wir nehmen die... Fünf. Fuck. Uh. Ähm. Hi. Uh. Was? Er dachte, ich bin der Pizzamann? Ja, äh, Leute, was... Was geht hier ab? Wieso glaube ich, dass ich hier schon mal war? Ja, ja. Toll. Ich heißt, ich muss die richtige Zahlenkombination rausfinden und... Scheiße, ich weiß schon wieder nicht, wo ich reingesprungen bin, ehrlich gesagt. Na, wenigstens ein bisschen Munition mitgenommen. Ich war so klar, dass ich wieder hier bin. Okay, ich... Zwei hatten wir. Was war denn dann... Was wäre denn dann drei? Schnauze. Nicht so viel, ha? Okay, dann müssen wir in zwei Reihen hüpfen. Leck, 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 leck. Sechs könnte es sein. Warum leckt das so? Ich komme mal hier rüber. Alter, speichern. Ein FPS. Was ist denn los? So, jetzt geht's wieder. Sechs hat man noch nicht. Vier, fünf, schon. Also, sechs. Alle guten Dinge sind sechs. Oh oh. Hm. Zwei. Ich kann eben vier nochmal testen. Okay. Es ist vier. Es ist 100 pro vier. Aber nicht zu jedem Zeitpunkt. Denn, der Teleporter ist wahrscheinlich der hier. Was? Warum bin ich jetzt gestorben? Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Acht. Neun. Sieben. Scheiße. Acht. Schnauze. Alright, let's get moving. Wir haben alles im Griff. Zwei. Vier. Sieben. Wir hatten acht probiert. Acht war es nicht. Also, nehmen wir... Neun. Hä? Neun war jetzt nicht so cool. Okay. Wir gehen auf... Vier. Scheiße. Ah. Ah, das kann ein langer Abend werden. Ah. 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 Sieben. Okay, speichern wir mal hier. Ich muss nicht mehr höher, ich gehe einfach... Wo zum Geier bin ich jetzt? Was ist denn das hier? Sind wir jetzt bei Super Mario, oder was? Okay, ich spring auf den, muss dann schnell irgendwie weiter am besten auf den da oben. Und der geht irgendwo oh, scheiße. Komm schon! Komm schon! Was? Habe ich gerade getan? Ich wollte gerade sagen, ich rutsche. Okay, es ist kein Wasser. Wir sind Wissenschaftler, wir gehen das Ganze wissenschaftlich an. Oh, ich rutsche, ich rutsche. Oh, ich rutsche. Oh. Oh. Oh, oh. Leute! Wollt ihr mich verarschen? Nein, ich bin woanders. Oh, Gott sei Dank. Oder? Hallo? 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 Es riecht nach Krieg. Warum sind die alle tot? Es riecht nach Marines. Da oben. Leute! Bitte? Ja komm, mach wieder zu. Das ist der Typ, oder? Ich dachte, du würdest es nie machen. Oh, Nasein, Hunter. Nichts stand in der Weise unserer erranten Nacht und schweigende, hohe impact-reaktive Armour. Pfff. Ich glaube nicht. Genau dann. Hier, Dr. Freeman. Wir haben dich erwartet. Okay. Genau hier, Dr. Freeman. Was du sehen vor dir, ist das Supply Depot für unsere erste Survey-Team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. Was? So. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there. Created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. Okay. I'm sure that you'll know it when you see it. Ein mächtiges Wesen? But you must kill it. Yeah. You better kill it. Töten kann ich. Ich kann rote Tasten drücken und ich kann töten. Läuft. Leute, läuft. Not this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out. Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit wrangled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. Ihr habt doch alle Dreck am Stecken hier, oder? Leute. Aber habt ihr vielleicht noch irgendwie Munition? Freeman. And it's about time. Ja. Sorry. Ich hatte noch was zu erledigen. Mit Marines. Und Aliens und so. Aber schön, dass ihr hier in Ruhe Kaffee getrunken habt, ihr Penner. Wie oft habe ich heute eigentlich schon Penner gesagt? Sorry. Tut mir leid. Penner. Hi. There will be the pomp and circumstance. Fit for a hero's welcome upon your return. Okay. Tolle Aussicht. Aber... Alter. Ich hab gedacht, drei Monitore sind geil. Aber sieben! Aber vier zu drei? Ja, hier. Ich. Ich nehm ähm... Einen Döner ohne Zwiebeln. Ihr habt mich die ganze Zeit schon gesehen. Das ist ein wichtiges Text. Actually... Just can't think of... To say... Really... Which I guess is... My... Templan. Everything is always... By... After all. Jetzt wisst ihr bescheid.